Brickthaler Kirsch, 66,6%. Du, habt ihr es gehört? Simonetta Samaruga hatte Geburtstag. 60 ist sie geworden. Du, und die ist im Fall auch ganz genau 1960 geboren. 6 und 6. Und wenn wir 2020 minus 1960 rechnen, dann gibt es auch wieder 60. Ich meine, das ist doch kein Zufall. Das kannst du mich doch nicht verarschen. Das kann doch kein Zufall sein. 6,6,6% number of the beast. Ich meine, die dort oben, in Bern oben, die haben doch alle zusammen. Nein, schnapp es nicht. 2020 macht man das so mit dem Kaffee. Fertig.